wer viel läuft der muss auch mal sitzen das tue ich gerade während der wesentlich aktivere alex natürlich so etwas wie sitzen niemals machen würde schon gar nicht bei den laufgesprächen herzlich willkommen unser thema ist heute schafe schafe das passt doch gar nicht wir sind auch gar nicht bei den schafen angekommen aber da hinten sind schafe hinten sind schafe soll ich mal ranzoomen ich glaube schafe sind könnte möglich allerdings könnte das wildschweine oder so wie ihr seht das von hier jetzt in dem kleid doch es sind es sind scharf es ist ein ziegen ziegen herzlich willkommen beim go talk hier social media talk nummer eins ihr seid wieder live dabei wenn wir eine redaktionssitzung machen zu themen die euch garantiert nicht interessieren aber über twitter verbraucht werden bis ihr kotzt sind unsere heutigen thema ich kenne eigentlich nur eine doofe ziege auch dumme ziegen und blöde ziegen und die gemeine bergziege die auf den steinen rumkratzt um das auch mal zu vermännlichen in heidi gab es auch den ziegenpeter das war der junge lustling der sich scheinbar an heidi vergriffen hat auch ja aber ziegenpeter ist das nicht auch eine kinderkrankheit echt mums oder so hat man das nicht nennen wir das ziegenpeter frage in die kommentare nennt man mums vielleicht auch ziegenpeter ja oder scharlach oder irgendetwas was kleine kinder haben wobei früher hat man ja die kinder immer das ausbrüten lassen hat man zum beispiel masern partys gemacht wenn einer im kindergarten masern hatte hat man an die anderen kinder zugesteckt damit sie alle mal die masern durch hatten inzwischen macht man das ja inzwischen eingesehen weil das zu einigen komplikationen gekommen ist weil das ja so bewusste ansteckung ist er jetzt aber verletzung aber nachdem wir eben ausbrüten gesagt dass ich hab's nur noch im hinterkopf hier ist ein hühnerhof sehr nicht nur ein hühnerhof ich glaube so einen kleinen gärtner hühnerverein okay also alles mit tun ja aber hier hat man auch keine hühner die schlafen wahrscheinlich schon aber ist auch noch hell und die kriegen da wahrscheinlich schon ihre antibiotika in die können wir mal hier exklusiv reinschauen naja das sind glaube ich keine hühner das sind eher tauben also der taubenzüchterverein wie schon gesagt gehört man auch eindeutig war aber nah dran hat auch hat auch flügel und schmeckt angeblich gar nicht mal so schlecht und kann weit fliegen früher wurden sie ja das ist ja sozusagen das twitter der uhrzeit twitter des mittelalter ist übrigens die rasse geflügel zuchtanlage wollte ich nur mal gesagt haben aus dem jahr 1903 ja früher hat man ja tauben benutzt als twitter ersatz hat man kleine botschaften deswegen auch zwitschern twitter und ja da hat man das hat immer hergeschickt alex ganz ehrlich es war mir eine pure freude mich mit dir heute über ziegen zu unterhalten ja und ich freue mich schon wie sau auf die nächste folge von den laufgesprächen hier auf youtube bitte einschalten nicht vergessen